Es ist immer wieder spannend zu sehen, wie schlecht das Gedächtnis von politischen Führungsfiguren ist. Es war ein besonderer Tag, geprägt durch Unterbrechungen und Pausen, großen Erinnerungslücken und interessanten Wahrnehmungen anderer Perspektiven. Man hat sich viel von diesem Tag erhofft und ob diese Hoffnungen erfüllt werden konnten, das erfahren Sie in den nächsten Minuten hier im Podcast zur Berateraffäre. Am Mikrofon ist Patrick Pehl. Ich fand die Stimmung konstruktiv auf allen Seiten. Natürlich wünscht man sich bei der einen oder anderen Frage dann auch manchmal mehr Details. Aber man muss natürlich auch verstehen, die Frau Suda hat das ja sehr anschaulich dargestellt, aufgrund der Vielzahl der Vorgänge, mit denen sie betraut war, dass sie sich nicht mehr an jeden einzelnen Vorgang erinnert. Ehrlich gesagt finde ich das auch nachvollziehbar. Der, der da einmal kurz gesagt hat, was er zum Tag dachte, ist übrigens Reinhard Brandl von der CSU gewesen. Ja, wirklich, von der Union. Mal sehen, ob es da bald mehr von geben wird. Der Tag war lang, aber auf interessante Art spannend. Nur eine Zeugin wurde gehört, Staatssekretärin ade, Dr. Katrin Suda. Dafür ging es aber schon um 10.30 Uhr los. Drei Stunden früher als sonst und Schluss war gegen 22.40 Uhr. Also zwölf Stunden später. Staatssekretär Zimmer, der als zweiter Zeuge geplant war, der wurde gegen Abend wieder nach Hause geschickt und auf den 13. Februar vor die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vertagt. Die zentralen Fragen des 30. Januar 2020 waren, was wusste Katrin Suda wann und welche Rolle haben die Bekanntschaften aus ihrer Zeit als Leiterin des Berliner Büros bei McKinsey gespielt. Außerdem musste endlich geklärt werden, wem die Ex-Staatssekretärin ihre Freundschaften gemeldet hat. Timo Nötzel berichtete dem Ausschuss davon, dass Suda ihm gegenüber gesagt hätte, sie hätte die Kennverhältnisse formalisiert, also mitgeteilt. Die 48-jährige Katrin Suda ist angespannt, als sie den Raum betritt. Aber um Lässigkeit bemüht, die Hände stets in den Jeans-Taschen, weiße Sportschuhe, die langen Haare offen glatt gebürstet. Sie ist eine besondere Erscheinung im sonst so formalen Look des Zeugenstandes. Eine Zeugin, die ihre Familie und Freunde als Unterstützung dabei hatte. Das macht die Spitzenkraft verletzlich und menschlich. Unter anderen Umständen würde die Physikerin sicher ein interessanter Gesprächspartner an der Bar sein. Aber heute ging es im imposant-nüchternen Sichtbeton um anderes. Es ging darum, was hat Katrin Suda gewusst oder angeordnet? Und waren ihre Freundschaften zu McKinseyanern ein Einfallstor für überteuerte Millionengeschäfte? Suda wollte nach ihrem Verlassen des Ministeriums im Frühjahr 2018 ein bisschen kürzer treten. Sie wollte sich um ihre Kinder kümmern. Sie hat heute zwei Aufsichtsratsmandate und ist als Senior Fellow tätig. Außerdem hat sie im familienverträglichen Rahmen eine Firma mit ihrer Frau gegründet. Als Vorsitzende des Digitalrates bleiben ihre häufig als herausragend beschriebenen Kompetenzen dem Bund jedoch erhalten. Wichtig ist es wohl, ich habe das ja ab und an auch schon in diesem Podcast gesagt, die Zeit mitzubetrachten, in der sich die Unregelmäßigkeiten begaben, beziehungsweise in denen sie begannen. Baustellen und Krisen an jeder Stelle, so große Schuhe gab es nicht, um alle Feuer auszutreten. Die Krim-Krise war heiß, das G36 machte Probleme, ein A400M-Transportflugzeug war abgestürzt, Hubschrauber, die am Boden blieben, Panzer, Pannen und die Bundeswehr wurde plötzlich wieder von der Politik entdeckt und als wichtig bedacht. Die sicherheitspolitische Lage war mit dem Ausbreiten des IS, russischen Aktivitäten, Syrien und vielen anderen Herden so brisant, dass die Bundeswehr wieder mehr Aufmerksamkeit bekam. Projekte sollten schnell umgesetzt werden, auch der Bundestag drängte in der Erinnerung der Staatssekretärin zunehmend. Dazu ein Beschaffungsamt, was aus ihrer Sicht immer wieder Gründe fand, warum etwas nicht umgesetzt werden kann. Gleichzeitig führte Suda ein Vertragsmanagement bei der Bundeswehr ein, mit dem man sich in die Lage versetzen wollte, mit der Rüstungsindustrie auf Augenhöhe zu verhandeln. Die Zeiten des Sparens waren vorbei. Nun musste der Investitionsstau abgebaut und die Verbesserungen umgesetzt werden. Das waren die drängenden Aufgaben, die Ursula von der Leyen der Gruppe um Suda stellte. Dafür holte die Ministerin die Leute aus der Beraterbranche. Neue Strukturen sollten her und dabei musste auch mal etwas probiert werden. Dumm nur, dass dieses Probieren mit Steuergeld passierte. Zunächst wollte der Vorsitzende Helmich wissen, warum Suda nicht bereits im Herbst 2018 persönlich vor den Ausschuss kam. Die Frage, sie wirkte wie die eines einfühlsamen Lehrers, der seinen Schützling versucht zu verstehen. Suda erklärte, dass sie zu diesem Termin nicht mit anwaltlicher Begleitung hätte kommen können und in der Presse von Strafanzeigen und Strafrecht gesprochen wurde. Darum entschied sie sich nach der Beratung durch ihren Anwalt, dafür eine schriftliche Aussage zu machen und dagegen Fragen des Ausschusses persönlich vor Ort zu beantworten, da sie in der strafrechtlichen Dimension eine Gefahr für sich selbst sah. Auch eine teure Beratung muss nicht immer eine gute Beratung sein. Durch diese Entscheidung wurde der Untersuchungsausschuss eingerichtet und nun bereits ein Jahr lang über sie und etwaige Verfehlungen ihrerseits spekuliert. Eine immer wieder gemachte Aussage war die Trennung von dienstlichen und privaten Aktivitäten. Compliance wurde ihr bei McKinsey immer eingeschärft, auch weil sie in der Finanzbranche bei den Banken eingesetzt war. Compliance gehörte einfach zum guten Ton. Außerdem hat Katrin Suda schlechte Erfahrungen mit Nachreden gemacht, was sie dann dazu gebracht hat, immer weniger zu reden und immer weniger zu vermischen. Aus ihrer Sicht gab es immer eine strikte Trennung zwischen dienstlichem und privaten. Trotzdem, sie ist gut befreundet mit Timo Nötzel, der die Bundeswehr zum Diamantenkunden machen wollte. Sie war sogar auf der Tauffeier seiner Kinder. Suda ist befreundet mit Gunbert Schärf, auch Oliver Triebel von Lied, der Moderation übernahm und mehrere hunderttausend Euro Umsatz mit der Bundeswehr machte. Er ist ein Freund Suders. Und auch Herr Ulrich Meister, der nun bei der Deutschen Bank und bis Juni 2018 Geschäftsführer der BWI war. Er ist mit Suda mehr als nur bekannt. Alle kommen von McKinsey und alle haben gutes Geld mit der Bundeswehr gemacht, als Suda im Apparat war. Ob das immer noch so ist, können wir nicht sagen. Das gibt der Untersuchungsauftrag nicht her. Das Zusammenstoßen zweier Kulturen, nämlich die der militärischen Verwaltungen und die neue Führungskultur in Verbindung mit dem Diversity-Gedanken, der neuen Riege von agilen, jungen Beratern, es musste Probleme geben. Sie sprachen eine andere Sprache als die Beamten. Sie wollten Mauern einreißen und nicht verwalten. Sie wollten die Fenster aufreißen und den Amtsstubenmuff herausblasen. Die Bundeswehr sollte wieder handlungsfähig werden, aus den Negativschlagzeilen verschwinden, benötigtes Material sowie funktionierende Rüstungsgüter bekommen und nebenbei noch zu einem attraktiven Arbeitgeber transformieren. Dazu gab es die üblichen Reibereien und ernsthafte Probleme mit den GmbHs des Bundes. Arbeitnehmer, die Angst um ihre Arbeit hatten, Soldaten im Einsatz und Besuche bei der Truppe. Auf die Frage, wie sie denn erkennen konnte, so ganz ohne Truppenerfahrung, dass die Ausrüstung schlecht war, antwortete sie mit einer Anekdote. Ich habe die Streitkräfte besucht. Mir haben die Soldaten erzählt, dass sie, also die Soldaten, rumgefahren sind und geschaut haben, welches Ersatzteil in welchem Zustand noch irgendwo vorliegt. Das kann nicht gut sein. In der Tat, das kann wohl nicht gut sein. Suda wird einer analytischen Brillanz nachgesagt. Machen Sie doch mal ein Gedankenexperiment. Sie sind Leiter einer großen Wirtschaftsberatung. Geld ist nicht das Problem. Und wenn Sie wollen, dass etwas gemacht wird, dann wird das sehr zeitnah umgesetzt. Nun kommen Sie in das hier viel beschriebene Ministerium. Sie wären sicher mindestens irritiert, oder? In der letzten Anhörung sagte Staatssekretär Hofe aus, dass auf allen Ebenen eine gewisse Verantwortung gewesen sei und auch der viele Druck im System der Ministerin von der Leyen ist wohl wirklich da gewesen. Nun würde ich gern noch ein paar originale Zitate einspielen, aber die gibt es ja von den Zeugenaussagen nicht. Es war beeindruckend, wie Siemchen Möller aus den amtlichen Protokollen des Bundestages minutenlang Aussagen zitierte, die davon zeugten, wie sehr sich die einzelnen Akteure auf ganz unterschiedliche Weise Leistungsdruck ausgesetzt sahen. Fangen wir doch einfach mit der Sichtweise von Frau Suda an, die sie am gestrigen Donnerstag darlegte. Immer mehr Druck ins System geht nicht. Wir müssen anders arbeiten. Und? Das Bein hat oft gesagt, warum etwas nicht geht. Ich habe dieses Amt klar in seinen Zielen und auch selbstbewusst wahrgenommen. Dagegenüber die Zeugin P. Es war der schlimmste Monat meiner Karriere. Gabriele Korb, Präsidentin des Beinen. Auch die hat eine ziemlich eindeutige Aussage gemacht. Es gab vom Ministerium her einen gewissen Druck auf uns. Dazu kamen viele Aussagen über Zielbilder und Anrufe aus dem Ministerium. Wenig Zeit und wenig Personal. Aber nun noch einmal die Aussage von Frau Dr. Suda. Die Diskrepanz ist gleichzeitig die sicherheitspolitische Lage. Wir sprachen über Nachtsichtgeräte und Schutzwesten und sowas. Die, die damals mit im Verteidigungsausschuss waren, die haben immer gefragt, Frau Suda, warum dauert das so lange? Was ist da los? Teils wurden hier die gleichen Prozesse, die gleichen Zeiträume beschrieben. Aber in einer ganz anderen Wahrnehmung. Das Besondere an diesem Podcast ist, dass man auch die Zwischentöne transportieren kann. Dadurch, dass ich live im Ausschuss dabei bin, kann ich auch mal auf Details achten, die sonst vielleicht nicht so in der Wahrnehmung sind. Und so ein Detail gab es gestern auch mal wieder. Durch den großen erwarteten Andrang tagte der Ausschuss diesmal im großen Saal des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses mit Blick auf den Reichstag. In den Shownotes oder in den Kapitelmarken ist ein Foto der Kulisse bestimmt zu finden. Dadurch saßen die Pressevertreter auf der anderen Seite des Halbrunds von Abgeordneten, als sie es sonst tun. Mit anderen Worten, ein Wechsel des Blickwinkels, der tut ja auch manchmal ganz gut. Man konnte eine gewisse Regenerationszeit betrachten, vor allem bei der SPD, die ich sonst nicht so sehen kann. Während Anita Schäfer von der Union Handyspiele spielte und ihren Teller leer aß, kämpfte Simtje Möller mit einer Erkältung. Und Dennis Rode lehnte sich im Stuhl zurück. Hinter ihm der in der Dunkelheit beleuchtete Reichstag, während er eine Tasse mit Tee mit beiden Händen umschmeichelte und mit festem Blick auf die Zeugin Suda schaute. Man konnte förmlich sehen, wie die zwei Kräfte sammelten. Man konnte förmlich sehen, wie die beiden für die nächste Fragerunde Kräfte sammelten und regenerierten. Naja, wie dem auch sei, kommen wir wieder zu den harten Fakten. Interessanterweise machte sich Katrin Suda wenig bis keine Gedanken über die konkrete Finanzierung ihrer Vorhaben. Suda wollte eine Umsetzung der Veränderungen, eine Umsetzung der erarbeiteten Strategien. Die Finanzierung sollten andere klären. Welche Rahmenverträge genutzt wurden, das war ihr unbekannt und welche Kostenstelle wohl auch. Das wurde einige Ebenen unter der Staatssekretärin geklärt. Und warum erzähle ich so viel über die Atmosphäre an diesem Tag? Tja, weil der Tag lang war und Frau Suda irgendwie große Gedächtnisprobleme hat und dadurch gar nicht so viele Fakten zu erzählen sind. Es ist fast schon ein alter Hut, wenn ich Ihnen berichte, dass die wohl häufigste Aussage von Frau Suda war, ich erinnere mich nicht mehr. Ihre großen Erinnerungslücken erklärt die noch gar nicht so alte Dame damit, dass es viele Vorlagen gab. Allein 80 Vorhaben im Bereich der sogenannten 25 Millionen 25 Mio Vorlagen hätte sie und ihre Mannschaft angestoßen und auch umgesetzt. Ihr Büro habe zwar viel für sie filtern können, aber ihre Aufgaben waren so groß und die Vorgänge waren so viele, dass man nichts mehr weiß. Das meiste ist bereits auf dem Tisch. Die Kennverhältnisse sind aufgedeckt, das Organisationschaos ist beleuchtet und es wurde ein Schaubild der Überforderung mit aufgestauten Problemen im Bereich der Verteidigung erstellt. Nun geht es nur noch darum, die Verbindung zwischen dem Handeln des Ministeriums sowie der Ministerin a.d. und der Staatssekretärin Suda zu beweisen. Vielleicht ist dieser Beweis aber auch gar nicht mehr nötig, denn ein Untersuchungsausschuss kann nicht strafen. Ein Untersuchungsausschuss kann Fehler aufzeigen und Besserung anmahnen. Ich finde, dass wir heute sehr deutlich nachweisen konnten, dass es insbesondere bei der Vergabe rund um Lied, also an Herrn Triebel, doch zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist und dass wir da sehr stark die unterschiedlichen Aussagen, die getätigt wurden, zusammenführen konnten. Herr Hofer hat in der letzten Sitzung ausgeführt, dass Lied und der Name Triebel von Frau Suda in Spiegel gebracht wurde. Es sind in den Begründungsvorlagen eindeutige Informationen enthalten, die nur von ihr persönlich kommen können, nämlich dass sie zehn Jahre befreundet sind und dann eben hat Herr Triebel auch Beauftragungen bekommen und am Ende 400.000 Euro mit dem BMVG verdient. Und dann ist es ja schon durchaus aus unserer Sicht klar, in der Beweiskette nachzuweisen, dass er seine Freundschaft da durchaus auch zu einem lukrativen Geschäft gemacht hat. Suda erklärte, dass es mit viel Kommunikation besser werden sollte und ihre Projekte Akzeptanz finden sollten. Darum auch die großen Veranstaltungen mit Lied und Oliver Triebel. Katrin Suda erklärte, ich hätte mich auch hinstellen können und eine Rede halten können, aber es sollten ja die Führungskräfte auf die Bühne. Suda wollte mehr bessere Kommunikation. Aber in der Causa um die Millionenberaterverträge und ihren Führungsstil im Ministerium versagte ihre Kommunikation. Wortlos verlässt sie den Bundestag. Ihre mangelhafte Kommunikation mit dem Verteidigungsausschuss im Herbst 2018 machte diesen Ausschuss erst nötig. Und ihre angeblichen Erinnerungslücken sind nicht ernst zu nehmen. Es wurde ein Jahr lang über Frau Suda gesprochen. Gestern gab es die Möglichkeit, mit ihr zu reden. Weiter lag der Ball bei ihr. Sie hatte die Möglichkeit, sich zu erklären und ihre Leistungen gut zu exponieren. Aber sie entschied sich fürs Vergessen. Kommen wir zum Fazit. Woanders wäre Frau Suda für ihre Erfolge und ihr Handeln wohl gefeiert worden. Aber in strikt hierarchischen Strukturen, die von Kontrolle und Misstrauen durchsetzt sind, ist das eine schwere Aufgabe. Suda selbst berichtete von anonymen Intrigen gegen sie, das Verteidigungsministerium ist ein wahrer Augiersstall und benötigt einen großen Helden, um wieder fit zu werden. Die jetzige Ministerin Kramp-Karrenbauer ist bereits jetzt angeschlagen und es ist fraglich, ob sie die Kraft hat, das Ministerium, was für unser aller Sicherheit sorgen soll und Verantwortung auf weltpolitischer Ebene umsetzen soll, zu reformieren. Das Verteidigungsministerium, so scheint es, ist der schier unbezwingbare Endgegner für einen jeden Veränderungsmanager. Ich glaube, Katrin Suda, dass sie aus ihrer Sicht alle Kennverhältnisse offengelegt hat. Nur hat sie es nicht formalisiert. Sie erklärte mündlich in großer Runde, dass sie von McKinsey kam und wie ihre Vorgeschichte war. Und jedes Mal, wenn sie jemanden im dienstlichen Umfeld traf und kannte, machte sie mündlich transparent, woher und dass sie sich kennen. Doch das zeigt zu das fehlende Erfahrung in exponierter Position in der öffentlichen Verwaltung. Ihre Kennverhältnisse auf Papier zu schreiben und zu unterzeichnen, in eine Akte ablegen und jeweils ergänzen, wenn eine neue Person hinzukommt. Diese einfache Lösung wäre vermutlich die Art von formeller Transparenz gewesen, die eine Verwaltung benötigt. Auch in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts. Eines ist im letzten Jahr deutlich geworden. Alle hatten wohl ein gemeinsames Ziel, nämlich die Bundeswehr besser machen, damit die Landesverteidigung erhalten bleiben kann, internationale Bündnisse tragen können, Deutschland seiner gewachsenen Verantwortung in Europa gerecht wird und die Soldaten nicht mehr herumfahren müssen, um Ersatzteile in erträglichem Zustand zu finden. Frau Suda hat es gut ausgedrückt. Rüstung ist kein Selbstzweck. Rüstung ist kein Selbstzweck. Rüstung ist kein Selbstzweck. Rüstung ist kein Selbstzweck.